Ja, hallöchen, meine lieben Balkongartenfreunde, ich bin's wieder hier, euer Christian von Balkonen. Ja, und ich stehe gerade hier vor meiner Ochsenherztomatenpflanze. Ja, und Ochsenherztomaten sind ja sehr, sehr bekannt, auch original im Italienischen genannt, Coore di Bua. Und ja, aber wenn man die Ochsenherztomaten im Laden kauft, dann sind die meist nicht so richtig reif, sondern die sieht man dann auch oft noch mit grünen Stellen. Ja, und warum ist das so? Weil die Ochsenherztomate eine sehr, sehr weiche Tomate ist und sehr empfindlich ist bei Druckstellen. Und dann kann es natürlich dazu kommen, dass die schnell faulen. Und das geht natürlich gar nicht, wenn im Supermarkt die halben Ochsenherztomaten dann faul wären. Ja, und aus diesem Grund sind die halt meist dann auch immer, ja, ich sag mal, nicht wirklich reif und vom Geschmack her auch noch nicht so intensiv, wie sie sein sollte. Aber ich habe ja das Glück, ich habe hier Ochsenherztomaten auf dem Balkongarten. Ja, und jetzt werde ich hier mal so eine abernten und diese genüsslich verspeisen und auch gleich mal einen Geschmackstest machen. Habe ich schon länger nicht mehr gegessen, so eine schöne Ochsenherztomate, besonders eine Reife. Und ja, so, ich pflücke hier mal eine ab. Und Ochsenherz, der Name kommt jetzt daher, weil die so ähnlich sein sollen wie ein Ochsenherz. Naja, das mag ich bezweifeln. So, jetzt gehen wir aber erstmal probieren. So, ausschauen tut die ja mal wirklich richtig lecker, diese Tomate. Und ich denke mal, die wird auch so lecker schmecken. Ja, was auch bei der Ochsenherztomate zu sagen ist, die Ochsenherztomate ist sehr, sehr anfällig für die Blütenendfäule. Und bei der Blütenendfäule, ja, da kommt es eben zu einer Fäule hier unten dran an der Tomate und ja, dann fault die von unten her. Und das kommt meistens eben dadurch, wenn man die Tomatenpflanze nicht richtig gießt. Ja, aber dazu habe ich noch ein anderes Video gemacht. Vielleicht kennt ihr das schon. Ansonsten schaut mal auf meinem Kanal vorbei. So, aber jetzt werden wir hier mal probieren. So, ich schneide die mal schön auf. Hm, die sieht schon mal sehr schön aus. Hat auch einige Kerne hier, wie man sehen kann. Jetzt schneide ich mal hier das Grüne noch ab. Und jetzt beiße ich hier mal genüsslich rein. Hm, also wirklich, wirklich sehr, sehr lecker. Ja, man kann wirklich sagen, die Ochsenherztomate ist auch die Königin unter den Tomaten, meiner Meinung nach. Weil sie halt geschmacklich so sehr intensiv ist. Und ja, wirklich aromatisch hier. Ja, die Königin darstellen kann. Das Fruchtfleisch der Ochsenherztomate ist relativ weich. Und eignet sich zum Beispiel für das Grillen eher nicht so gut. Aber für einen leckeren, schönen Tomatensalat, ja, da ist sie wirklich sehr, sehr gut geeignet. Ja, und vom Geschmacklichen her noch ist sie so in der Mitte zwischen säuerlich und süß. Aber halt sehr, sehr, sehr tomatig. Und von daher ist sie wirklich eine Tomatensorte, die ich nur jedem empfehlen kann, die man sich kaufen sollte. Aber wenn man reife Ochsenherztomaten möchte, dann muss man sie sich wohl wahrscheinlich selbst anbauen. Und daher würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ja, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns bald im nächsten Video. Euer Christian von Balkonien. Ciao.